Hier haben Sie in jedem Fall gut lachen. In einem atemberaubenden Ambiente bieten Dr. Gerda und Dr. Peter Fischer und Prof. Dr. Dr. Arne Wagner ihren Patienten zahnmedizinische und kieferchirurgische Leistungen auf höchstem Niveau. Die Praxis der beiden Zahnmediziner befindet sich im Dachgeschoss des Domherrenhauses in Wiener Neustadt, bei dessen detailgetreuer Renovierung in erster Linie auf die barrierefreie Erreichbarkeit aller Stockwerke geachtet wurde. Ob Mundhygiene, klassische, ästhetische oder kieferorthopädische Zahnbehandlungen, implantologische Eingriffe und aktuelle Formen der Ozontherapie, die Zahnärzte Dr. Gerda und Dr. Peter Fischer versichern ihren Patienten auf allen Gebieten der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde die bestmögliche Versorgung. Durch den Einsatz verschiedener Lasermethoden und die Kooperation mit unterschiedlichen Anästhesisten bleibt ihre Behandlung in jedem Fall schmerzfrei. Erleben Sie einen rundum entspannten Zahnarztbesuch. Weitere Informationen finden Sie auf www.domherrenhaus.at